Liebe Kunden, liebe Lieferanten, liebe Geschäftspartner und liebe Mitarbeiter, ich möchte mich heute bei Ihnen als Geschäftsführer von Eventation verabschieden. Ich war jetzt 14 Jahre lang mit großer Begeisterung Geschäftsführer. Es war ein wunderbarer Jahr. Es waren die intensivsten und lehrreichsten Jahre meines Lebens und ich habe das mit großer Begeisterung gemacht. Ich habe aber schon seit längerer Zeit den Wunsch, mir mal eine Auszeit zu gönnen und mir einen neuen Input zu holen und habe jetzt eben die Möglichkeit dazu, weil ich einen wunderbaren Mitarbeiter im Team habe, der mich ganz toll vertreten wird. Und diesen Mann, den möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, Simon Leiter, kommt bitte zu mir. Simon, vielleicht kannst du dich in unsere Kunden und Lieferanten ganz kurz vorstellen. Gerne. Also mein Name ist Simon Leiter, war bisher als Projektleiter bei Eventation tätig und habe jetzt die einmalige Chance, als Geschäftsführer bei Eventation weiterzumachen. Die Herausforderung nehme ich natürlich sehr gerne an und ich war mir richtig ins Zeug legen, um Eventation so weiterzumachen, wie der Peter das die letzten 14 Jahre gemacht hat. Und ich werde versuchen, gerade auf Produktebene ein bisschen einen frischen Wind reinzubringen. Simon, ich habe ein ganz tolles Gefühl, dass du das ganz, ganz gut machen darfst. Und ich wünsche dir alles Gute und ich kann dir sagen, dass es mir ganz leicht fällt, jetzt meinen Hut zu nehmen und gratuliere. Alles Gute und jetzt stoßen wir. Danke, Peter. Auch dir. Danke. Simon, zum Wohle. 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 Untertitelung des ZDF, 2020